Siegner-Investor Hans-Peter Haselsteiner hat am Mittwochabend den Weg in die Medien gewagt. Haselsteiner ist mit seiner Familienstiftung größter Co-Investor des Immobilienspekulanten. Für den ehemaligen Strabag-Bauherrn steht selbst sehr viel Geld auf dem Spiel. Ich habe einem Geschäftsmodell vertraut, das hochrisikoreich war, gestand der bald 80-Jährige in der ZIP des ORF. Und er habe es zugelassen, dass im Handel viel Geld verbrannt wurde. Das war ein sehr schmerzhafter Fehler. Der langjährige Boss der Baufirma Strabag versuchte anfangs zwar, die Probleme der Immobilienbranche im Allgemeinen als Ursache für die Schieflage zu nennen. Die Zinslandschaft hat sich radikal geändert. Siegner ist wie die ganze Branche in einen Strudel geraten, übte jedoch unerwartet heftig Kritik am Schöpfer des intransparenten Konstrukts. René Benko hat eine aktive Gesellschafterrolle gespielt. Er hat in das Management sehr wohl eingegriffen. Er hat die Zügel in der Hand gehabt, hat seine Geschäftsführer angewiesen. Eben deshalb sei Benko auch verantwortlich wie ein Geschäftsführer. Da sollte er sich hinstellen und sagen, jawohl, ich trage diese Verantwortung mit. Auch der luxuriöse Lebensstil des Gründers habe seinen Teil zur negativen Außendarstellung beigetragen. Auf die Frage, warum Benko nicht entscheidend zur Siegner-Rettung beitrage, meinte Mitgesellschafter Haselsteiner, Benko hat einen Großteil seines Vermögens verloren. Ob er in der Lage wäre, nennenswert einzuschießen, entzieht sich meiner Kenntnis. Man habe jedenfalls in der Siegner-Gruppe zu lange auf frisches Kapital gehofft und keinen Plan B gehabt. Haselsteiner signalisierte in dem ORF-Interview die Bereitschaft, bis zu 25 Millionen Euro in die ebenfalls insolvente Siegner Development Selection AG einzubringen. Es gelte nun, die Kleinanleger vor größerem Schaden zu bewahren. Mit seinem Freund Gusenbauer werde Haselsteiner noch ein Wörtchen zu reden haben. Über die Millionen-Honorare, die der Altkanzler und Ex-Strabag-Aufsichtsratschef von Benko kassierte.